So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder was zum dran rumspielen und zwar einen Command, mit dem wir ein bisschen explodieren können und ein bisschen basteln können. Ihr seht es schon im Titel, das ist ein Mining Turtle Command, das ist etwas ähnliches, was es schon mal gegeben hat. Ich glaube, das war sogar vom selben Creator, wieder von The Red Engineer, nur dieses Mal hat er die Kiste ein bisschen überarbeitet und die kann ein bisschen mehr oder Grund auf verändert, wie auch immer. Aber ich zeige kurz, worum es geht und was da passiert. Mining Turtle kennt ihr ja aus Computer Craft oder irgendetwas war das. Da konntest du Mining Turtles erstellen, also praktisch meinende Schildkröten, die einfach für dich Erz abgebaut haben, die für dich Gänge gekrammen, die für dich alles gebuddelt haben, du musst es selbst nicht kramen und die haben diese Erze eben gesammelt und zurückgetan. Die konntest du auch programmieren, dass sie für dich zum Beispiel Strip Mining Schafts gemacht haben oder wie auch immer, das war ein bisschen komplexer. Dazu habe ich übrigens auch mal ein Tutorial gemacht, wenn ihr wissen wollt, wie man Mining Turtles programmiert und wie man da ein Strip Mining Programm schreibt, gehen mal auf den Kanal, suchen nach Strip Mining oder Turtle programmieren. Gut, und jetzt bauen wir mal eine, die ein bisschen autonom kann und zwar geht das mit einem Command Block mit GIFs, Swag of Phoenix, Minecraft, Command Block. Ganz normal, dann kriegt ihr auch einen Command Block, ich brauche kein Redstone mehr, da wir in der 1.9 sind, der ist für die 1.9. Und dann mache ich mal da die Geschichte in Einfügen und dann auf Always Active klicken und dann passiert was. Baut das Ding von alleine auf, bam, 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 bam. Und wir können auch gleich eine Anleitung kriegen, denke ich. Ja, Item Receipts, Right Click, Design for Info, da klickst du drauf und dann kriegst du unten im Chat die Information, wie du jetzt diese Mining Tutorial zusammen craftest oder baust. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist sogar recht teuer, das heißt, sie ist nicht zu overpowered. Äh, ich sehe gleich, was ich damit meine. Ihr könnt die Maschine deaktivieren und wieder aktivieren, dann werden einmal die Dinger geändert und so weiter und so fort. Gut, dann, äh, ja, tun wir den mal raus und wir gucken uns die Anleitung an. Um eine Mining Turtle erstmal zu craften, müssen wir einen Hopper auf den Boden droppen, eine Diamantspitzhacke und 16 Pistons. Also, eine Diamantspitzhacke, dann brauchen wir einen Hopper und 16 Pistons. Äh, da war der Hopper. So, und dann können wir die so auf den Boden droppen, also Spitzhacke, Hopper und Pistons. Und da habe ich nicht gerade verzählt, stimmt's? Nein, habe ich nicht. Vielleicht liegt es in der Reihenfolge. Erst Hopper, Pickaxe und dann das da. Heißt nicht, aktiviert. Äh, Minecraft Hopper. Ich habe mich noch verlesen, ich trottel. Ja, ist gut. Minecraft Hopper, Pickaxe und das da. Zack, und dann bin ich mal einen Turtle. Ich dachte gerade schon, äh. Passiert, passiert. So, damit hätten wir das Turtlechen jetzt mal fertig und dann brauchen wir noch, ähm, was weiteres. Nämlich einen normalen Redstone Block und einen Hopper, um einen Mining Turtle Hopper zu craften. Jetzt habe ich auch ganz kurz einen Redstone Block. Was war das andere? Eine, äh, noch einen weiteren Hopper. Und dann kriegen wir da einen Mining Turtle Hopper. Und dieser ist etwas speziell, was er kann, das erkläre ich gleich. Zack, Mining Turtle Hopper. Okay. So, wir brauchen eine Kiste oder ein paar Kisten. Denn, ähm, wir brauchen und müssen etwas schaffen, wo die Mining Turtle jedes Mal zurückkehren kann, um ihre Sachen abzuliefern. Und da würde ich mal sagen, mache ich hier so ein bisschen so eine kleine Fläche. Bapapapam. Und bapapapam. So, und dann kommt hier die Kiste hin und da kommt der Mining Turtle Hopper drauf. So, das ist ein spezieller Mining Turtle Hopper. Wenn du Sachen reinlegst, dann gehen die ganz normaler unten. Das ist klar, in die Kiste rein. Das ist zum Sachen lagern. Der heißt umgesucht Mining Turtle Hopper. Wenn du diesen abbaust, sogar im Creative Mode kriegst du das Spawn-Eye wieder. Also du zerstörst es nicht direkt. Also du zerstörst dann den Hopper, aber du kriegst sofort das Spawn-Eye wieder. Aber den brauchen wir. Setzen wir drauf. So. Und dann können wir eine Mining Turtle Spawn. Die setzen wir einfach mal so in die Richtung. So sieht das ganze Ding aus. Das sieht aus wie ein Hopper Minecart zusammen mit zwei Pick-Axis. Die also drauf sind, die hakt das jetzt hier durch und kloppt sich weiter. So, die meint jetzt erstmal noch nicht los. Die braucht Treibstoff. Und deswegen meinte ich nämlich, dass es gar nicht mal so günstig ist. Denn sie frisst Kohleblöcke. Und jetzt ist es so. Ein Kohleblock reicht mit seiner Brenndauer für 90 Sekunden. Also pro Kohlestück 10 Sekunden mine. Finde ich gar nicht mal so teuer. Wenn ich das Ding jetzt reinwerfe, dann fährt das Ding an und fängt an zu buddeln. Und zwar drei auf einmal. Das ist eigentlich echt nice. Wenn es auf Koppelzone läuft, dann setzen sie auch Steine unter sich, glaube ich, damit es nicht runterfällt. Ich glaube, das platzieht die Kiste automatisch. Wenn ich die hier so platzieren würde, dann würde ich gerade ausrollen, auch so Blöcke nach unten gehen. Ich wusste jetzt nicht, vielleicht braucht die Koppelzone mit dem Tabe, dass sie das machen kann. Jedenfalls, sie kann sich ganz easy nach vorne buddeln. Die hat jetzt erstmal 90 Sekunden, wo sie kramen kann. Die alle Items werden jetzt hier drinnen gesammelt. Die sammelt ihr ein. Und sobald die voll ist, macht die was. Und das zeige ich gleich mal. Was sie übrigens nicht macht, ist Torches setzen. Das ist ein bisschen schade. Deswegen bin ich dafür da. Also guck mal ganz kurz, was passiert, wenn die Kiste voll ist. Sollte gleich soweit sein. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Zack. Und jetzt geht die erstmal zurück auf den Hopper drauf und lädt die ganzen Items raus. Also es geht hier halt jetzt so durch. Wir können auch reingucken. Läuft dann eine ganz normalen Entleerungsgeschwindigkeit vonstatten. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Dies, das. Und alles weitere wird dann in die Kisten gesammelt. Man kann jetzt natürlich hier, so nächste Kiste da und dann Hopper drüber und dann wisst ihr Bescheid. Muss nicht auf die Kiste zeigen, aber das ist halt ganz rund entleert. So könnt ihr euch in der Lage machen. Das Problem ist nur, die Hopper befüllen immer eine Seite der Kiste. Deswegen wusste ich jetzt nicht, wie es ist, wenn wir eine Doppelkiste draus machen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Ich habe es halt nur eine Seite befüllt. So. Wir tun jetzt mal so, ob die Kiste hier ein bisschen schneller wäre. Entleert. Zack. Und jetzt ist sie gleich wieder da vorne, wo sie aufgehört hat. Das heißt, der Command merkt sich, wo du aufgehört hast. Und dann buddelt die Kiste eiskalt. Weiter. Boah, mein Hals. Dann. Es gibt noch eine spezielle Eigenschaft von dieser. Und zwar. Wenn sie auf Erze trifft. Ja. Was so jetzt mal der Fall sein kann, dass sie auf Erze trifft. Ich habe jetzt halt gerade eine schlechte Bauhöhe erwischt. So. Die buddelt ich noch ein bisschen durch. So. Jetzt mache ich mal hier so ein paar Lapis-Ärze hin. Dann baut ihr die Lapis-Ärze natürlich ebenfalls ab. So. Baut ab. Und die Erfahrungspunkte müssten eigentlich gleich mit transportiert werden. Denn eigentlich sollte es so sein. Funktioniert hier gerade im Genicht. Aber eigentlich sollte es so sein, dass die Erfahrungspunkte zum nächst gelegenen Hopfer nach vorne transportiert werden. Da oben drin landen. Seht ihr das? Wie kommen da wohl die Erfahrungspunkte hin? Die Kiste hat das Ding nach oben geschmissen. Blub, 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 blub. Und dann kann ich es einsammeln. Also wirklich das Hopfer-Minecart. Oder die Mining-Turtle generell. Ich sage Hopfer-Minecart. Was ist denn Mining-Turtle jetzt? Die sammelt auch die Erfahrungspunkte ein. Finde ich. Nice. So. Was sie übrigens auch macht. Sie baut Lava und Wasser ab. Weil halt Lava da als Block gezählt wird. Und sie baut auch Badrock unter anderem ab. Aber das Badrock bekommt sie nicht in das Inventar hier rein. Sondern das wird einfach nur zerstört. Weil Badrock ist halt Badrock. Und die Sache ist jetzt noch die. Jetzt ist wieder der Treibstoff alle. Das heißt sie ist hier zurückgekommen. Jetzt droppe ich wieder so ein bisschen Kuh drauf. Zack, zack, zack. Und jetzt hat die erstmal genug Power für alles mögliche. Leider fängt die jetzt wieder von vorne an. Aber ich würde mal sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Denn wenn ich die abbauen kann, kann ich das Spawner wieder nehmen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil wenn diese jetzt wieder von vorne losgeht. Kann ich sie einsammeln und wieder wegnehmen und neu setzen. Mal angenommen, wir haben also was anderes. Wir haben unter der Erde irgendwas. Dann müssten wir einfach immer nur einen Codeblock reinschmeißen. Dann buddelt die halt neun Sekunden lang nach vorn. Dann kannst du zur Seite setzen. Den nächsten Mindschaft. Joga, ey. Den nächsten Mindschaft machen. Das war eigentlich gar nicht mal so unpraktisch hier. Äh ja. Ich bin zu einer unten geschossen. Egal. Mach ich halt hier sowas. So. Brauche ich wieder eine Chest. Da haben wir die Chest. Und ich setze ihn einfach irgendwie so hin. So. Und wir haben noch was Tolles. Wir können mehrere von diesen Sätzen überhaupt. Also wenn ich mal hier so. Dann eine Mindchirr setze. Der Power an. Und jetzt lauf. Also du kannst hier keine Ahnung drei Stück geben. Und dann farm die erst ab und tu das hier wieder rein. Und dann kann ich auch noch eine weitere setzen. Zum Beispiel nach da. Und der auch wieder Saft geben. Dann buddeln die nach da. Oder ich kann eine nehmen. Und hier einsetzen. Eigentlich ist es mal der Hopper. Hier einsetzen. Nein. Drop, 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 drop. Und dann buddeln die nach da. Okay. Hier geht es halt jetzt blockweise runter. Äh ja. Sie hatte keinen Koppelsohn. Sie kämpft tapfer gegen das Wasser. Und baut es ab. Ich glaube es gelingt ihr nicht. Lol. Ja doch. Das Wasser schiebt die so ein bisschen zur Seite. Die wird sogar komplett in eine Richtung verschoben. Ja gut. Wasser und Turtle ist not so nice. Okay. Ja dann. Da geht es lang. Da geht es lang. Und die buddeln alle komplett autonom. Die erste ist schon wieder drauf glaube ich. Ne ist sie nicht. Wo ist die hin? Turtelchen. Wo bist du hin? Wuss? Ist die weg? Wills? Wills? Okay. Damit haben wir die Grenzen des Kommandes gesehen. Aus irgendwelchen Gründen hört er hier auf. Das sollte nicht so sein. Wir haben es gerade oben gesehen. Das funktioniert. Also theoretisch sollten wirklich alle auch funktionieren. So war es eigentlich mein Plan. Dann wahrscheinlich wieder irgendwas verkackt oder so. Vielleicht bin ich, keine Ahnung, zu weit weg. Oder vielleicht haben die oben noch irgendwas gemacht. Oder weiß ich nicht. Ah. Ja. Ich habe den ersten Hopper hier oben platziert. Und weil das der erste Hopper war, sind die Minecarts alle hier zugeordnet gewesen. Und die transportieren jetzt alles nach oben. Also die Minecarts, die jetzt unten waren, sind nach oben geflitzt. Entleeren ihr Zeug hier, wie ihr gerade sehen könnt. Alle drei auf einmal drauf. Und dann flitzen die wieder runter. Alter, andererseits ist das natürlich auch eine gute Sache. Denn ihr könnt eine Turtel unten ewig graben lassen. Einen, so eine Station hier oben setzen. Der hat das nicht gecheckt, dass ich Doppelstation gesetzt habe. Wenn ich das hier mal entleere, so, dann flitzen die wieder nach unten eiskalt. Die flitzen wirklich wieder nach unten jetzt gleich. Der hat Redstone gefahren, alles mögliche. Und zack, da hast du gesehen, wie du weggedüstest. Ja, nice. Und die buddelt hier dann übrigens auch schon wieder weiter. Hat ich überhaupt zur Seite hier so gesetzt? Oder hat die von ganz allein zur Seite? Weiß ich gerade gar nicht. Egal. Jedenfalls eine nützliche, kleine, witzige Command Creation auf jeden Fall. Die kann sich so einiges merken. Finde ich nice. Dann, ja, wäre es gewesen vom großen Show-Off eigentlich. Von den Command Creations finde ich das wieder eine, der etwas cooleren, sag ich jetzt mal. Die kannst du auch verwenden und die ist auch nicht so ganz so günstig. Du brauchst wirklich einen Kohleblock, um die halt, ja, anderthalb Minuten laufen zu lassen. Und das ist nicht billig. Deswegen ist es nicht so overpowered wie manche anderen Command Creations. Okay. Done. Ja, wäre es gewesen. Bis demnächst, Leute. Lass krachen. Und tschüss. Tschüss.